Also ja, die Pakita hier auszuräuchern, das dürfte nicht so schwer werden. Hier sind halt Feuerwerfer auch im Weg. Das ist immer so unschön. Und noch bin ich froh, die beiden dabei zu haben. Sie können nämlich echt gut kämpfen. Rodenkrieger zu mir! Auch wenn es halt Erfahrungspunkte kostet. Oh ja, ich kann mal meinen Traumschild abschmeißen. Die Linien müssen halten! Die Linien müssen halten! Das Gute ist, das Traumschild hält ein bisschen. Also ja, wie lange hält es denn? Was sagt denn? Stand halten, Männer! Ach stimmt, ja, steht hier gar nicht drin. Ach, und es ist schon wieder weg. Rodenkrieger zu mir! Die Linien müssen halten! So. Jetzt warten wir mal kurz, bis genug Mana für eine Heilung da ist. Bevor wir weitergehen. Ja, wir können untenrum dann den Rückweg antreten. Gut, viel bringt die Heilung leider nicht. Oh, Kiste. Zur Kiste sage ich nie nein. Das ist ein Hinterhalt! Unsichtbarkeit und Hypnotisieren, auch gut. One Hit. Oh, Sturmschreiter. Vorsicht! Da, ein Riese. Vielleicht sollten wir dem besser ausweichen. Hätte ich jetzt noch meine Orks, könnte ich den umbolzen. Die Quelle ist da hinten. Da ist schon ein Messer, eine feine Tuchhose. Kita, General. So, auf jeden Fall, die falsche Richtung. Äh, zudem komme ich zurück und bolzere ihn um, wenn ich Totems habe. Also, am besten wäre das Lager von den Kita-Todes. Das ist die einzig klare Quelle in dieser Gegend. Gift in die Quelle geben. Das Gift vermischt sich spurlos mit dem Wasser. Da, das Gift zeigt Wirkung. Äh, was? Äh, Tettel. Es beginnt. Schnell! Öffnet Citrus und seinen Leuten das Tor. Oh, Erfahrungspunkte erhalten. So, das Lenya-Wesens zeigt sich etwas zu erholen, während ich dann alles wieder aufbaue. Oh, was ist das? Und ja, das Gift wirkt, die Kita sind geschwächt, die Weitläufer stehen bereit, ihr müsst ihnen nur das Tor zu Dunhandsland öffnen. Vorsicht, Gegner! Linien müssen halten! Linien müssen halten! So. So. Das ist doch die große Frage, wie öffnet man das Tor? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Ach, einfach hingehen. Ja, die Kita sind nur schwach. Der Sturm auf ihre feste Kampi gehen, das sollte Dunhands im Versteck locken. Hier. Ja, Weitläufer. Und ja, alle Tore der Feste stehen offen. Hm. Hier, die Musik geht. In die Massen dann die Anpassung. In die Nachance kommen. In die März. Wir müssen ein paar kleine Pfeife dann verschwinden. In die März. Die Musik geht auch nach dem T-Rext. In die März. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, die Feuerwerfer, die sind so das Hauptproblem. Das war's für heute. Auf mein Kommando. Wir werden angegriffen. Auf mein Zeichen. Schnell! Zum Angriff! Okay, Kita, we'll spawn langsam. Oh, yeah. Okay. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, vor dem Kitar-General sollten wir aufpassen. Oh, das ist gut. Ah, das finde ich sogar sehr gut, dass wir Verstärkung kriegen. Äh, nicht da hin. Ah, da heite ich erst mal selber. Da müssen wir noch die Seite einreißen. Ah, daher. Oh, nein. Oh, nein. Ah, daher.